Menschen werden... ein Vierzeh... Ich finde das gerade so unheimlich witzig. Hallo Crumble, du bist gleich erst dran. Noch brauchen wir dich nicht. Wir sitzen hier und wir nehmen gerade auf. Also wir wollen gerade aufnehmen. Wir haben uns schon alles vorbereitet für Mensch vs. Meerschweinchen. Und was macht Crumble? Erstmal die Szene stören. Geh wieder rüber. Wo du hingehörst. Ich glaube sie will jetzt schon mit. Du drehst doch gleich erst mit... Es gibt jetzt nichts zu essen. Los, kusch dich wieder. Du kannst Sarahs Fuß annagen. Wäre das eine Idee? Ne? Scheint nicht so begeistert von der Idee zu sein. Was ist das denn? Ich verstehe dieses Schwein nicht. Dann Zockermodus. 3, 2, 1, go! Nicht doof lachen wie blödes Einhorn, du Sackfalke? Zockermodus! Ich gehe zocken! Was zocken wir denn? Ist doch egal, ich mach dich fertig! Ah, ist dieser Mensch nutzlos. Ich mach dich fertig! Du hast keine Chance! Du kannst ja gar nichts zu sagen! Du kannst ja gar nichts zu sagen! Ich hab dich auch voll nicht so gehört! Ich bin italienischer Bananakrumble! Komm her! Ich mach dich fertig! Du hast ja meine Familie beleidigt! Boah, du bist eher Luigi! Du Opfer! Was war das denn? Dann... Kanz hab jetzt! Yo, 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 yo! Mann! Digga, schisseln, hu, bisseln, und nizzle! Das ist doch einfach laufen! Ist mir Hammer! Willst du so wieder sein? Jaaa! Crumble, was ist hier so interessant? Jetzt auf! Einfach nur, dass du unsere Zehen ruinieren kannst, oder was? Ach, du willst den Mittelpunkt stellen? Ja, sicher! Okay, okay. Ein Menschenherz schlägt 50 bis 100 Mal die Sekunde. Knapp, das wäre ein bisschen Hardcore. Das wäre Hardcore! Da willst du die Maschweinchen locker mit überfließen! Okay, okay. Unser Herz wiegt... Wiegen kommt später! Nee, wiegen hatten wir schon! Hallo Sarah, wie geht es dir? Hallo sexy Schnuckel... Wow! Guck mal, sie sitzt da hinten. Wir haben gerade eben angefangen. Jetzt sitzt sie da hinten rum und wartet, dass sie noch mehr machen. Kommt nur! Ich weiß, dass ihr drehen wollt! Unser Herz schlägt noch 50 bis 100 Mal. Warte mal diese Sekunde! Nein! Das wäre fatal! Dann würde ich dich zum Arzt schicken! Ah! Okay, komm schon! Ich krieg das hin! Jaja! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.